Moin Moin Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Azzurl, wohooo! Äh, ja, das... War jetzt nicht übertrieben oder so? Ne. Ich hab jetzt endlich meinen eigenen Account, sonst hab ich ja nur mit nem Lai-Account gespielt, aber jetzt konnte ich mir endlich einen leisten, wohooo! Oh, Entschuldigung, jetzt hab ich schon gezeigt, was ich ein Jahr später zeigen wollte. Hier sieht man so einen richtig fetten Baukasten, ne? Das ist ein Kaufhaus, dort habe ich Azzurl an Rätsel gebastelt. So, ich wollt mal sagen, können wir nochmal anfangen, ne? Ja? Na los, hopp, hopp, du musst vorgehen. Ach, übrigens. Ähm, was zu meinen Skin zu sagen, ähm, den... äh... Ach, scheiße, jetzt weg, das ist ein bisschen aber scheiß drauf. Ähm... Da... Das Zeichen auf meinem Rücken, das hab ich selbst gemacht, aber der Skin, der... Den hab ich so gedownloadet, also... Ich wollt halt nur, äh, ein Markenzeichen haben. Ähm... Okay, das war jetzt das Einzige, was ich sagen wollte, und wir können... Alter... Alter... Ich hab... Ich hab unter 10 Frames, ja? Ja, scheiße. Ist ja egal, jetzt egal. Wir müssen, musst ja damit leben. Ich glaub, im Gebäude wird's besser. Oh! Dann wird jemand ausgeraubt, oh nein! Hä, wer war denn das bloß? Hä? Hä? Aber man, das ist mir... Warte, ich... Ich glaub, ich muss mal irgendwas an den Grafikeinstellungen machen. Hä? 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 Gehen da mal deine Tour, deine Patrouille, um herauszufinden, wer es war. Ich weiß es natürlich. Ja. Detective Panda ist jetzt im Einsatz. Detective Azuril. Aufgenannt Detective Panda. Oh. Guck mal, wer ist denn da oben? Wer ist denn das da? Der hat keinen Namen. Der ist sehr verdächtig. Oh. Steht da da oben so? Der ist sehr verdächtig. Der ist sehr verdächtig. Der hat keinen Namen. Oh. Mit der... Oh... Wo war das? Das... 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 Das Damen-PC. Das Damen-PC. Auf jeden Fall. Das... Der... Oh man. Na, wer ist das? Mr. K. Noon. Okay? Und das hier ist... Mrs. Hamwood. Ja, die Namen hab ich mir ausgedacht. Ja. Er unterstützt ab sofort nur englische Namen. Du weißt schon, dass wir noch im Kreativ sind, aber das ist ja nicht so. Ja. Ist ja egal, dass du wieder... Ich mein, hier gibt's niemanden, der dich killen kann. Ja. Warum guckst du den so an? Okay. Keine Ahnung, nur so. Weil der ist doch irgendwie so auffällig. Ähm, sie sind auch verdächtig, weil... Guck mal, der steht hier nur blöd rum. Hey. Äh. Äh. Äh, voll der geile... Mrs. Hyman. Verdacht. Mrs. Hyman. Wir müssen sie auf die Wache mitnehmen. Sie sind verdächtig. Äh, das Bankra... Das... Ist das ein Bankrauch? Wir können sie nicht auf die Wache nehmen. Wir müssen damit leben, dass wir hier drin alles behalten. Also es ist leider blöd. also wenn wenn er jetzt ein bisschen leiser ist bei team speak da kann ich jetzt auch nichts für es auf voller lautstärke was wollen die alle auf dem mädchenklo meine güte auf dem damenklo und das hier ist ein schicker wasserfall ich wette im herrenklo ist nichts okay ich darf nicht rennen wer ist denn auf dem herrenklo ist nichts auf dem herren weil sie wollen ja alle auf der damentoilette vielleicht sind das ja insgeheim mit damen das erste komisch eigentlich gibt es hier nur einen einzigen koch ich verstehe nicht was er hier macht oh ne ne ok hier sind mehrere köche ich dachte es wäre nur einer wir können ja mal zum restaurant gucken willst du mitkommen wir schauen uns mal das restaurant an sie sind verdächtig weil sie einen namen über ihren kopf haben hey komm her das sind die ganze verdächtigen mrs highman mr warmer mr park nach mrs parker wie sagt kena ron ron kane ron also kane ron mir fällt gerade ein ich habe hier glaube ich irgendwas vergessen noch in der technik scheiße naja geil egal ist jetzt egal to hell ok so hier ist die bibliotheker mr warmer ja also es haben jetzt nicht alle menschen ihren namen schild hier hier ist der schuld hier ist der unschuldige nein komm mal her in der bank ist der der ausgeraubt wurde da der beraukt wurde den müssen wir befragen hier ist mrs parker was mrs parker hätte sich selber ausräumen können sie erzählt uns irgendwie wegen dem schotten nur den namen ja und dabei sich selber oder was nein sie 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 verrät uns nur ihren namen also wie es aussieht also irgendwie die ist noch geschockt und wir verdächtigen dann sie oder was nein weil sie uns das gesagt sie sagt ihren namen sie ist ja die die ausgeraubt wurde ja aber warum ist sie dann bei den verdächtigen dabei also das sind einfach nur so ich habe irgendwelche namen gewählt einfach nur um ein bisschen fallen zu stellen weißt du das ist schwer es sind keine verdächtigen es sind einfach nur leute die ich da aufgelistet habe wo du rauskriegen sollst wer von denen das wohl gewesen sein könnte oh die aufnahmen läuft echt erstaunlich gut wo wir diesen alten server nehmen wir benutzen das finde ich gut na komm komm hier guck mal was ich mir bei dem glas gedacht habe da waren irgendwie so weil viele läden haben ja so zuziehbare glaswände das habe ich mir dabei gedacht so hier ist wc herren ich muss mal kurz bissen ich muss mal kurz bissen ich muss mal kurz bissen hier gepisst so oh hände waschen die sind ja ganz dreckig sonst oh egal was ich mache so fertig ich weiß nicht warum ich die geräusche mache aber gut ich weiß nicht warum ich die geräusche mache aber gut ach übrigens die toiletten habe ich gebaut wenn sie scheiße aussehen da habt ihr hier ist eine treppe hier geht zu der lunch hier wo man essen kann hier ist auch ein schicker wasserfall das ganze einkaufszentrum habe ich gebaut er hat sich nur um die toiletten gekümmert und er hat mir geholfen dabei wie man einen villager benennt es ist irgendwie so eine zufallsache wenn ihr das wissen wenn ihr das wissen wollt dann schreibt es unter die kommentare und ich zeig euch dann wie und in diesem video wird es dann nicht laggen ich weiß nicht was hier los ist aber irgendwie laggt das hat vielleicht was mit dem server zu tun aber ich sag euch auf unserem anderen server lag das noch mehr ja ja das ist und da sein pc sowieso nicht so gut ist unsere beiden computer sind nicht so toll wahrscheinlich wird im märz werde ich wahrscheinlich irgendwann im märz hin oder so wahrscheinlich ich werd irgendwann irgendwann april hin werde ich wahrscheinlich einen besseren computer haben also ne ja hast du irgendjemanden den du verdächtigt hast ne sorry aber ne hab ich nicht also das sowieso ist sie haben nur sie können nicht sprechen und sie haben keine Alibi nein also du musst mal gucken du solltest die Villager vielleicht noch ein bisschen beobachten wo die überall hingehen weil es ist ja so an dem Spawnpunkt wo man die Villager hinsetzt ne da laufen die ja nur in einem bestimmten Radius da musst du gucken das ist ein wichtiger Anhaltspunkt für dich die Villager laufen nur in einen begrenzten Radius hier ist das ist das ist das ist das ist hey mut ich weiß natürlich wer der verdächtige ist und er lief hier grad lang aber gut ich sage mal aufpassen weil der verdächtige muss sich an der nähe der bank aufhalten noch wahrscheinlich ja er befindet sich noch näher der bank das kann ich das schon mal sagen ich weiß wo die nicht sprechen konnte es ist wirklich schwer ich habe geraten wird darunter gestoßen ich habe geraten ist er können hier gesehen oder wenn er kann die ruhe und das steht dann ist kein ich habe den englischen namen benutzt weil ich den englischen namen einfach viel geiler unterstützt man das leckt wo bist du denn jetzt ist wirklich so ich gucke ich glaube wir gerade Patrouille ja verhaltlich also bleib mal am besten in der nähe der Bank weil der Raub fand ja bei der Bank an also wäre es vielleicht eine gute Idee für dich dich in der Nähe der Bank aufzuhalten und zu gucken wer alles zur Bank noch vielleicht hinkommt vielleicht kann man sicher einfach mal hier kurz hinstellen also eins kann ich dir sagen es ist ein Schmied heißt er hat so schwarze Schürze wenn es die Fold ist also er hat irgendwie was schwarzes an kann ich dir sagen ich weiß ich muss einfach mal irgendwie nochmal ich arbeite noch dran warte ja pass mal auf ich hab ne Idee geh mal kurz woanders hier neben jetzt schreibt er das jetzt mal so gucken nein 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 ich mache hier nur noch einen extra gucke ich mal ein bisschen wer es vielleicht nicht mehr schreibt er hat auf was schwarzes an Warte, 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 ähm, ich muss gerade mal kurz was überlegen, wie ich das mache. Moment, also, ähm. Sorry, FBI, ich muss auf den Klo gucken. Alter, was machen die denn hier alle auf den Klo? Oh, Mr. Kern-Rune, sie haben etwas schwarz, nee, das ist grau. Na ja, grau oder schwarz ist ja egal. Dann verdächtige ich, mein Hauptverdächtiger ist schonmal Mr. Kern-Rune. So, komm mal zur Bank, äh, hier, hier wird was beschrieben, warte? Gleich wird hier was beschrieben, Moment. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, komm. Nee, ich steh hier, ich bin irgendwie müde, ich weiß auch nicht warum. Ich geh schon. Nee, ich weiß... Mr. Kern-Rune ist auf jeden Fall mein Hauptverdächtiger und Mr. Ho, weil der hat ja auch was grau-schwarzes an, sag ich jetzt mal. Schauen Sie mir in die Augen. Waren Sie es? Waren Sie es? Sie müssen mir das schon sagen. Wenn Sie es zugeben, dann wird Ihre Strafe vermindert. Nee, okay. Ich erwische Sie noch. Oder den... So, komm mal zur Bank, hier, sie sagt, also, die würde jetzt mehr sagen. Also, sie sagt jetzt. Also, die Bankangestellte ist ruhiger geworden, sie würde dir jetzt was sagen. Okay. Ähm, mein Name ist Mrs. Parker. Ich habe gesehen, dass die Person schwarze oder graue Sachen angeht. So, warte mal kurz hier. Nein, 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 da ist nur eine Sache. Äh, nochmal irgendwo hin, aber geh bitte nicht zum Restaurant oder so. Scheiße. Also, ich muss noch ein bisschen was hier, äh, Anhaltspunkte für dich verteilen. Das hättest du alles vorher machen müssen. Ich weiß, hab's vergessen. Das nächste Mal, ähm, das nächste Mal, wenn wir sowas machen, dann machen wir das auch, ähm, etwas besser. Also, dass wir dann an alles halt denken. Das ist jetzt nur so eine, so eine Trailerphase, sagen wir, Trailerphase. Also, was lauere ich hier eigentlich hier? Also, ich habe schon mal zwei Hauptverdächtige. Das kann nur einer gewesen sein. Oder vielleicht auch beide. Und weiß es nicht, dass wir in der nächsten Folge von der Türke von da. Äh, nein, nein. Sorry, Leute, dass ihr hier immer mal gerade lesen könnt. Was ich hier gerade noch mache. So, ich verteile nämlich hier, sorry, ich habe das ganz vergessen. Aber irgendwie, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ein Dieb, äh, Quatsch, ein, ein, ja. Ey, ey, ey. Deine Schauer, ähm, wissen wir, jetzt, natürlich, wer es ist. Und, äh, schreiben dann so bei mir in die Kommentare, das wäre der und der. Auf einmal. So, wie es ist. Das wäre aber ziemlich dumm. Weil, dann hätte ich, weil, wenn wir die Folge rausbringen, habe ich das schon längst gelöst. Und ich, ich habe ja jetzt auch schon so eine Ahnung. Ich habe gerade schon wieder einen Amboss gehört. Also, du machst irgendwas mit einem Amboss. Ja, ich verteile hier so ein paar Anhaltspunkte, wo du dann anhumach. Ich muss einfach mal ein bisschen die Knöpfe durchdrücken. Ich verteile nämlich hier gerade ein paar Anhaltspunkte. Ich bin aber gerade am überlegen. Ich glaube, ich weiß sogar, wer es war. Kannst du ja mal einfach mal ein bisschen durchdrücken, was hier alles gesagt werden kann. So, ich bin jetzt erst mal mit Anhaltspunkten fertig. Warte mal kurz, wo du bist. Ich versuche dich gerade mal kurz zu finden. Ich gehe zum Restaurant. Hier bist du. Hier lief eine Person lang. Sie hatte graue oder schwarze Sachen an. Ich vermute, dass er Schmied ist. Alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und es gibt zwei Schmiede, die... Es gibt mehrere Läden hier. Er hatte ein rotes Hemd und eine schwarze Schürze. Halt, halt. Hier ist doch noch eine Person, die ich sprechen kann. Also, ich glaube, er war männlich. Okay. Er hatte ein rotes Hemd und eine schwarze Schürze. Und eine schwarze Schürze. Ach so. Wow. Hey, das stand aber weiß, oder? Oder bin... Kann ich nicht lesen. Ich gucke nochmal. Rotes... Ja, schwarze. Weiße. Was machst du? Ich habe bei den verdächtigen... Also, bei den... Bei den offenstehenden Personen nochmal ein Schild geändert. Kurz, weil ich habe gerade gesehen, dass sie... Also, warte einfach mal ab. Also, ich glaube, mehr Hinweise kann ich jetzt hier nicht irgendwie... rausrücken. Warte, 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 warte. Ich kann noch eine Sache machen. Allerdings würde das, glaube ich, schon alles verraten. Also, ich habe einen Hauptverdächtigen. Und das ist... Ähm... Mr... Dingens... Room... Room... Genau. K... 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 Room. Okay, also, es macht aber Spaß, oder? Ja, eigentlich schon. Ähm... Mr... Mr. Kern... Room will... Darf ich das schon... Okay, ich warte, bis du damit fertig bist. Ich gucke jetzt nur noch diesen Hinweis an und dann... drücke ich auf einen Knopf und mal gucken, wer es ist. Nein, 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 hier, hier gibt es einen... Ich habe gerade bei der Bibliothek noch einen Hinweis gemacht, den ich gerade noch ausbauen muss. Ja, ich weiß, ich habe ja gesagt, bis du damit fertig bist. So, gut, jetzt, jetzt bin ich fertig. Okay. Zwei Knöpfe. Ist egal, welchen du drückst. Ich habe eine Namensvermutung der... Oh, ja, jetzt, jetzt ist alles... Guck mal, jetzt ist alles klar, ich weiß. Jetzt ist alles klar. Nur, ich habe das Blut geregelt mit den verschiedenen Villagern, also... Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Oh, scheiße, warte, tut mir leid, bevor du drücken kannst. Ich habe was vergessen. Jetzt hast du es gelesen, jetzt hast du es gelesen. Jetzt warmeister Köln. Warte, 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 achten... Moment, Moment, bevor du drückst, nur nicht, warte, nur damit das Szenario vollständig beendet ist, ne? Äh, nur damit du drückst, ich habe mir kurz die Koordinate festgehalten. Also, das ist jetzt nichts besonderes, oder so. Moment, ich habe nämlich vergessen, hier irgendwie ist der Command Block nicht ganz... Also, der wurde gelöscht, keine Ahnung. So. Okay, es war eigentlich schon von Anfang an, äh, so. So, jetzt kannst du mal drücken, jetzt kannst du mal drücken. Ich habe die ganze Zeit, Mr. Köln. Ich war der nächste Spieler, warte, jetzt musst du näher rangehen. Wir müssen näher rangehen und dann drücken. Ich hab doch... Ah... Ah... Hast du? Was du jetzt hast du raus? Ah... Okay. Hier fehlt irgendwie... Warte, warte, irgendwas hat hier nicht ganz funktioniert. Ah, genau, jetzt stimmt es ja. Wo sollte noch so ein Bing kommen? Okay, du hast das Rätsel gelöst. Ihr weiß, ich habe irgendwie... Es war zwar sehr einfach, aber... Ähm... Vielleicht... Ähm... Also, ich hätte Bock drauf, äh, noch mehr solcher Maps zu machen. Können wir mal irgendwie mal eine Map zusammenbauen oder so, und dann irgendjemand anders irgendwie mal, äh, herausfordern, ob der es schafft? Okay. Damit beende ich jetzt die Folge. Ich wohl dann auch... Äh, ich verabschiede mich von Azurels Gästen und auch von meinen... Ich sag Gäste, obwohl es Zuschauer sind. Äh, mal wieder klasse hier mit mir. Hast du noch was zum Schlusswort zu sagen? Viel Spaß beim Video... Äh... Viel Spaß beim Video. Das Video ist zu Ende und man soll jetzt Spaß haben. Ich... Nein, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und... Wir sagen Tschau. Joa, ich würde auch sagen Bye Bye Freunde und, äh, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was wir in Minecraft oder in irgendeinem anderen Spiel machen können, dann schreibt es uns auch in die Kommentare und, äh, ob ich euch abonnieren soll, interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Ich muss auch nicht. Ich abonniere den, den ich abonnieren möchte, okay? Und es nervt mich, wenn ihr nur so sinnlose Kommentare reinschreibt, wie, wenn du Lust hast, kannst du mich ja auch mal abonnieren. Tut mir leid, wenn ich das so nicht falsch verstehen, aber es nervt einfach, wenn da irgendwie dann gefragt wird, ob ich jemand anders abonnieren soll. Mal ganz einfach, tut mir leid, es ist nicht böse gemeint, nur um das klarzustellen. Äh, ich abonniere den, den ich abonnieren möchte und damit ist das geregelt, okay? Sorry, äh, wenn ich das jetzt so streng sehe, aber, äh, ist, äh, ich denk, man kann's verstehen. Wenn, bitte sinnvolle Kommentare, wie Tipps irgendwie, was wir mal machen können und ich halt wieder eine lange Rede und nicht irgendwie, willst du mich auch mal abonnieren? Das, äh, das nervt einfach. Ich verabschiede mich jetzt endgültig, tut mir leid, hab grad außer Sehen zu früh auf 9 mit einer Aufnahme beenden Tasse gedrückt. Okay. Äh, okay, äh, ich verabschiede mich von allen meinen Zuschauern und, äh, ja, viel, äh, ja, bye-bye.